In der Tat ist dieser SFB ein Grundlagenforschungs-SFB, wenn er auch in Bezug auf die Teilnehmer wissenschaftlich einen weiten Bogen spannt. Wir haben Chemiker und wir haben auch Mitglieder, die arbeiten in einer neurologischen Klinik. Aber die Projekte sind alles Grundlagenforschungsprojekte. Mit welchen Themen beschäftigen wir uns? Eine wichtige Themengruppe beschäftigt sich mit organresidenten Zellen, die in die Immunsteuerung eingreifen, wie zum Beispiel spezielle Endothelzellen der Leber oder spezielle Gehirnzellen. Das heißt, da untersuchen wir die Zellen und ihre Moleküle und wie sie Immunabwehr oder Toleranz steuern können. Eine zweite Ebene ist die molekulare Ebene der Pathogen- bzw. Antigen-Erkennung. Das heißt, wir haben auf den Immunzellen Erkennungsstrukturen, die quasi Alarm schlagen, wenn ein Ereignis passiert, das uns schädigen kann. Eine dritte wichtige Themengruppe in unserem SFB ist die Steuerung von Immunzellwanderung, von Migration. Wie finden die Immunzellen ihr Zielorgan? Wie finden mehrere spezielle Zellen in ein besonderes Zielorgan, in dem sie gemeinsam agieren müssen? Eine weitere Forschungsrichtung unseres SFBs sind besondere Erkennungsstrukturen im angeborenen Immunsystem. Da geht es also um die Steuerung unseres angeborenen Immunsystems. Und da stellt sich heraus, dass es da auch eine Schnittstelle zu ganz anderen physiologischen Ereignissen gibt, wie zum Beispiel Metabolismus. In einer Arbeitsgruppe von Professor Hoch zum Beispiel ist herausgefunden worden, dass zum Beispiel auch Stress, Stress ausgelöst durch Hunger, Immunantworten auslöst. Wir versuchen zu ergründen, wie in gesunden Tieren, in gesunden Organismen, die Funktion des Immunsystems mit dem Energiestatus von Zellen, Geweben, von Organismen verknüpft ist. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, da wir den Energiestatus unseres Körpers zum Beispiel durch die Zuführung von Nahrung, durch Essen oder durch Hungern im Alltag ja doch sehr beeinflussen. Und die Frage für uns ist, welchen Einfluss dies auf die Funktion des Immunsystems hat. Wir können keine Immunantwort im Gehirn auslösen, wie sie zum Beispiel in der Haut ausgelöst werden kann. Das würde unsere zentral nervösen Strukturen stören. Wir könnten nicht mehr richtig funktionieren. Und das Hirn hat auch mit Abstand nicht die Regenerationsfähigkeit wie die Haut. Also muss es da Unterschiede geben. Und letztlich, was erlaubt wird an Arsenal und an Mobilisierung von Abwehrkräften im Gewebe, entscheidet das Gewebe mit. Sowohl das Immunsystem im Darm als auch in der Leber, wie es jetzt aussieht. Das ist auch ein Aspekt, der zum Beispiel von Professor Knolle in unserem SFB beforscht wird. Das sind Organe, in denen entschieden wird, was ist in der Nahrung gut und was ist eventuell schädlich. Unser Teilprojekt im Sonderforschungsbereich 704 beschäftigt sich mit der Immuntoleranz in der Leber. Lange Zeit haben wir geglaubt, dass hauptsächlich das Immunsystem des Darmes, also die Zellen des Immunsystems, die sich im Darm befinden, dafür zuständig sind zu verhindern, dass wir gegen diese Nahrungsmittelantigene vorgehen. Aber wir haben neue Erkenntnisse, dass dies auch letztendlich für die Leber zutrifft. Auch hier werden aktiv Immunreaktionen gegen Antigene, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen, kontrolliert. Die Methoden in unserem SFB sind sehr weitreichend. Wir haben auf jeden Fall die klassischen Methoden. Die Immunologie ist ja letztlich eine Systemwissenschaft. Wir interessieren uns für die Antwort eines ganzen Organismus auf ein bestimmtes Ereignis, zum Beispiel Eindringen eines Pathogenen, sei es ein Bakterium, sei es ein Virus. Und da wirken mehrere Dinge zusammen. Und deswegen ist eine wichtige Vorgehensweise in der Immunologie, Immunabwehr im Gesamtorganismus, in dem Fall im Tiermodell, hauptsächlich im Mausmodell, zu untersuchen. Wir haben sehr viele zelluläre Systeme. Das heißt, wir untersuchen in spezifischen Immunzellen die Signalrezeptoren der Antigenerkennung, die Rezeptoren wie Chemokinrezeptoren oder Integrien-Adhesionsmoleküle, die Adhesion- und Migration steuern. Da geht es dann runter auf die molekulare Ebene. Da sind dann Methoden, insbesondere der Zellbiologie, der Biochemie, der Visualisierung, also der Mikroskopie von Zelldynamik, Zellbewegung, wichtig. Innerhalb des Sonderforschungsbereichs 704 haben wir ein sogenanntes Z-Projekt, ein zentrales Projekt, das von Herrn Dr. Endl geleitet wird, das sich mit der Sortierung und der phänotypischen Charakterisierung von Zellen befasst. Der Zellsorter, der in dieser Einheit steht und der allen Gruppen des SFB 704 für ihre Arbeiten zur Verfügung steht, hat die Aufgabe, besonders seltene Zellpopulationen des Immunsystems, und das sind besonders solche Zellpopulationen, die eine bestimmte spezifische Aufgabe innerhalb des Immunsystems haben, dass wir diese Zellpopulationen mit diesem Zellsortiergerät isolieren und danach näher analysieren können. Und es geht so weit, dass wir im SFB auch Chemiker haben. Chemiker, die mithilfe von innovativen und hier entwickelten Methoden kleine Moleküle entwickeln, die sehr spezifisch Proteine im Immunsystem ausschalten können. Diese Substanzen kommen in der Natur nicht vor. Wir haben eine Sammlung von tausenden verschiedener solcher kleiner organischer Moleküle und wir haben Methoden, mit denen wir diese kleinen Moleküle identifizieren können. Wir arbeiten innerhalb des SFBs an einem Zielprotein, für das wir solche kleinen Moleküle isolieren. Und die setzen wir dann ein, um sozusagen Werkzeuge zur Verfügung zu haben, mit denen wir die Funktionen des Proteins aufklären können. Der SFB hat eine Reihe von wirklich interessanten und stimulierenden Ergebnissen hervorgebracht. Ich bringe vielleicht mal ein paar Beispiele. Da gibt es zum Beispiel die Arbeitsgruppe von Professor Kurz im Institut für Molekulare Medizin. Er hat zusammen mit seinem Postdoc Sven Burgdorf eine zellbiologische Grundlage eines wichtigen Phänomens im Immunsystem erklärt, für das es bisher keine wirklich hinreichende Erklärung gab. Das war eine bahnbrechende Arbeit, publiziert in Science oder in Nature Immunology. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt war eben dieser eben schon angesprochene Schnittpunkt zwischen Immunsystem und Metabolismus. Da geht es um eine Gruppe von Signalproteinen, die wir entdeckt haben. Zytoisine heißen die. Andere Gruppen im SFB haben diese Proteine aufgenommen, die hauptsächlich Adhesion und Migration steuern. So war es bisher bekannt im adaptiven Immunsystem. Aber diese Proteine steuern zum Beispiel auch Insulinmetabolismus und angeborene Immunantworten. Das haben Michael Pharmelok und Michael Hoch entdeckt, in Zusammenarbeit mit uns. Und die Erkenntnisse, die wir jetzt gewonnen haben vor kurzem, ist, dass dieser Hungerstress, den wir an diesem Punkt haben, weil wir weniger Kalorien zu uns nehmen, dass der zu einer Aktivierung des Immunsystems führt. Und was wir versuchen herauszufinden, ist, ob diese Aktivierung des Immunsystems letztendlich korreliert mit der Verlängerung der Lebensspanne von Organismen. Das genetische Material von Viren löst eine Immunantwort aus. Und die Rezeptoren und Erkennungsmechanismen, die diese Viren, und zwar auf der Basis der Virengene, direkt erkennen und die Immunantworten auslösen, das ist hier von Professor Hartmann, Gunter Hartmann, mitentdeckt worden. Das war auch eine Arbeit, die in Science publiziert wurde. Und das wird jetzt weitergeführt. Also tatsächlich auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten von hohem internationalen Rang, die auch sehr angesehen werden. Und diese Hauptbereiche entwickeln sich auch sehr dynamisch weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017